Hurra, ein neues. Ich hab gefailt, yay. Warte, ich zähle vielleicht noch mal mein Zeitpunkt nach. In der Zwischenzeit mach ich noch ein paar Schaffe, weil's so schön ist. Ich will nicht wieder so herzlich eröffnen. Ich will auch mal die Zeitkarten sehen. Drei, vier Stück davon wäre ganz schön. Das heißt, der Reihe ist so, als kann mit einer gerade nichts spielen. Ich will jetzt sicher eine Idee für dich. Du kannst doch Blue-Ride in deinem Deck auf eins. Nein. Dann hab ich nichts mehr zum Suchen. Das ist toll, weil man immer den Such-Tagels hat. Und den Zahn-Name aktivieren kann. Eigentlich ist es echt krass. Nein, aber ohne mich hättest du das Deck nicht. Ja, okay. Und Janik, so mach ich überhaupt nicht. Hallo Janik, im Möglichen. Ah, nein. Er fängt an. Ja. Würdest du eigentlich sagen müssen, dass ich anfange? Denn ich hab dir gesagt, ich hab erwartet, dass du anfängst. Das ist doch nicht dumm. Süß. Ja? Ja. Leider, ich spiele Ash nicht meinem Side-Tag. Oh. Ich krieg trotzdem keinen Alternativleiter raus. Okay. Denkt dran. Obiraptor und die Welt aktivieren sich gleichzeitig. Du musst die Chain nicht setzen. Seegok. Willst du vielleicht erzählen? Ja. Eins, zwei. Nein. Zzzz. Oh. Da bist du weg. Und? Weißt du was, Baylor? Weil's so schön ist. Ich wollt noch sagen. Wozu hab ich jetzt hier, Baylor? Hast du was hier noch nicht auf der Hand? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich hab ne unspielbare Hand. Meine Hand ist wirklich Linkurigo Pass. Echt jetzt? Äh, unverwommen. Ich spiel sie einmal, ich zieh sie jedes Mal. Ich annuliere mal die Beschwörung der Karte. Dann. Also. Äh, warte mal. Das geht glaube ich nicht. Nein, das ist keine, äh, das ist eine, äh, äh, externe Spezialbeschwörung. Das kannst du nur auf interne machen. Okay. Das kannst du auch nicht dann machen, wenn das Monster jetzt hier liegt. Du könntest es nur darauf machen mit Warning. W-Warning. Warning. Warning. Du kannst doch meine Linkurigo Beschwörung annulieren. Was widerlich wäre. Also ich weiß, dass das da am Spide liegt. Was macht der nochmal im Friedhof? In der Endphase spezialisch wird er ein Blue-Eyes-Monster vom Deck. Das ist echt nicht gut. Doch. Für mich ist es nicht gut. Ja. Für mich schon. Ja. Ähm. Perfekt. Ich brauche sie wirklich nicht. Oh nein. Ich habe mir jetzt noch einen zweiten eingelegt. Warning. Strike. Okay. Endphase. Immer noch eine externe Spezialbeschwörung. Oh, wenn ein Monster-Effekt ist activated. Achso, stimmt. Äh. Ja, gut. Dann. Traurig. Mach mal. Boah. Wenn ich nicht aufrüst hast. Puh, ne. Fuck. Siehst du hier irgendwo in mich die Not? Ah ja. Auf deiner Hand vielleicht? Nein. Auf meiner Hand ist ein Overtext. Für euch das Match wird ein 2-1. Für mich. Denk mal, wir sind jetzt in der zweiten Welt. Ja, eben. Ich werde dieses definitiv verlieren. Scheu des Feldern. Ich habe jetzt schon 5 Handkarten in die linke Regul gesteckt. 6 Handkarten. Dann würde ich sagen. Film. Ja. Oh mein Gott. Ich habe eine Idee. Ich lade mir den Robloch-Zahn für, äh, Uf runter. Und das nehme ich dann jedes Mal, wenn jemand Schaden bekommt. Oh mein Gott. Was? Und nicht. Er hätte ja aber die Runde noch nicht killen können. Ich habe eine Maglücke in den Däck. Au. Ja. Dann würde ich sagen. Ich gehe in Better Place. Und die Runde überhaupt. Oh, ich glaube doch. Du musst das nehmen, was es angreift. Schade. Und dann. Und mach die Schöte direkt. Bin ich jetzt bei... 4, 5. Und du bei 6, 5. Veränderst du's? Ja. Hä? Wie kann man... Wie haben wir Schaden genommen? Es steht noch 8000 auf 1000. Du hast 1,5 durch Zweig. Ah ja. Wachenschlucht. Ja. Endfails. Ja. Nein, ich habe den schlechten Blue-Eyes rausgeboren. Der könnte jetzt den Ultimativleiter annullieren. Gut, Blue-Eyes halte durch. Ich habe zu viel verloren, echt. Ich zeige ihn nie wieder. Mach mal. Ich ziehe ihn. Oh, Schade ist tot. Oder... gute Lieben. Finde ich die gute Schuhe. Peck mit Taps. Der ist schon in 7. Du hast nichts gesehen. Der war jetzt auf Kamera. Du hast nichts gesehen. Es ist noch voll. Soll ich das rausschneiden? Dann kann ich mich wieder Outtakes machen. Aber... Habe ich überhaupt schon jemals Outtakes gemacht? Du hast einmal ein Video gemacht, wie... ...wo ich hauptsächlich nur Karten sortiert habe. Du hast 1100 Karten. Ja. Das war Lars ABC-Date. Angriff. Und Angriff. Vielleicht 2-3 Schaden. Habe ich noch... 2200 Karten. Du bist. Gib auf. Po, war sie Lena. Ops. Tau! Ops.